Yo was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Im Anschluss sieht ein Gameplay von mir und von der Yoncha. Wir haben zusammen auf Milizia gespielt. Die Runde war eben sehr nice. Ich war einmal auf 20er, einmal auf 15er. Die Yoncha war auch einmal auf 15er. Wir sind wirklich eigentlich gut abgegangen. Ich habe ohne Strix gespielt, sie hat mit Strix gespielt und wir haben glaube ich über 80 Kills sogar auch gemacht in Team Deathmatch. Ich möchte euch nur kurz davor was sagen. Im Video selbst haben wir ein bisschen über ein gewisses Thema geredet. Ich hoffe das stört euch nicht und da würde ich sagen let's go mit dem Video. Das Ding ist, ich weiß nicht ob das dir bei dir schon mal aufgefallen ist, aber manchmal ist beim Videoclip eigentlich immer so manchmal eine Stelle weg. Also weißt du wie ich es meine? Ja, ja genau. Das ist bei mir auch so. Und davor hatte ich das vielleicht einmal in einem Videoclip. Ist mir bei dir auch schon aufgefallen. Ich habe das manchmal einmal in einem Videoclip und jetzt habe ich das so sechsmal in einem Videoclip. Weißt du und es ist halt übelst problematisch das dann zu schneiden und so. Ja ich weiß. Das habe ich auch. Vor allem ich habe es bei einem richtig geilen Clip mal gehabt. Boah, das ist wirklich ärgerlich. Deswegen war das bei mir auch so. Was war denn das bei welchem? Ich hatte so ein Video, da habe ich so geile Kills gemacht und genau alle geilen Kills wurden übersprungen. Es ist aber wirklich genau dann, wenn es richtig abgelehnt. Ist so. Ich weiß auch nicht warum. Das ist immer dann. Kommensor. Ich habe ihn aufs Gruppe lossturmt. Ich habe ihn aufs Gruppe lossturmt. Ich habe ihn auf dem Gebrauch geholt. Aber das macht echt voll den Unterschied. Wie könnte ich deine Stimme aufnehmen? Wie könnte ich sie aufnehmen? Ich habe Kampfheden. Ich habe Kampfheden. Ja, ich bin aufs Gruppe. Abschluss. Aber hey, du kannst raushauen. Aber Einsatzteam warte noch. Ja, falls ich jetzt überhaupt kriegen kann. Ich muss ja jetzt wieder eins verstärken. Okay, gnadenlos. Ich habe gerade bei mir gefolgt. Uh, du Haar. Hallo 12-0. Ich bin auf 18 oder so. Da ist noch ein anderer. Ich habe einfach ihn nicht raushauen, ne? Ja, warte noch. Bis ich sterbe. Nachschubbereit. Vielleicht schaffe ich noch einen Nude. Ich hatte irgendwie fast 40-0 hier auf der Militia. Ich habe das Heftige gespielt hat. Nein, ich sterbe kurz das Gruppe los. Weil der Fickster da kennt. Mann, 18-1. Aber irgendwie finde ich mit Streaks irgendwie das leichter aufs Zug zu bleiben. Ich auch, ich auch. Ich habe irgendwie immer gedacht, das ist dann schwieriger. Aber ist leichter. Man fühlt sich irgendwie auch sicherer und alles. Ja. Zeitpunkt des Todes. Ausgeschaltet und bestätigt. Abgelaufen. Weißt du? Ja. Ich habe mich zwei Tage mit der Waffe eingespielt und... Es rastet sich bei sowas aus, ne? Ich habe einen, noch einen, das ist noch zwei. Bereit für Nachschub. Nein, oh. Gut. Beton. Ich gehe abgeschaltet. Schön. Okay. Keiner mehr. Das Turmpaket ist da. Oben wie darf. Nice Runde. Ah, hier. Ich werde gesnipet, alter. Ach, schade. Ja, okay. Okay. Ein böser weniger. Hast du schon den neuen Modus ausprobiert? Den Sniper-Modus? Nee, noch nicht. Ich finde den richtig geil. Echt? Also ich kann nicht snipen, aber ich habe übelst ein Feed gemacht. Darüber wollte ich morgen ein Video machen. Vielleicht können wir ja den Modus natürlich anwalten, wo wir heute noch ein Video machen. Ja, Leute, ich bin wieder auf Scoop. Ich war wieder auf Scoop los, die Runde. Ja, ich war auch eins vor. Gerade war ich voll gut bei uns beiden. Ja, TDM ist generell immer nice, eigentlich. Ja, obwohl ich mag Herrschaft eigentlich auch voll. Da kann ich es sonst so gut kontrollieren und so. Ja. Aber irgendwie kann ich gerade mit dir allein besser zocken als mit den anderen, weil ich einfach konzentrierter bin. So, weißt du? Ja. Wir haben halt vorher übrigens insgesamt über 80 Kills gemacht. Die 80er-Challenge easy geschafft. Vor mir war ein Hund. Nee, hinter mir war ein Hund. Vor mir einer mit Sperrbaum. Dann kommt noch einer von der Seite. Der Hund. Der Sanitäter wurde entsorgt. Ich habe keine Muni mehr wieder. Drehend. Ich habe wieder über 80 Kills gemacht. Dann kommt noch mal zum Vergleich zu uns. Moin, wir haben wieder über 80 Kills. I am so einer der 세ktive Platz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.